Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von dem Tabletop Simulator mit den Philipp und den Felix und mir ist da ein kleines Mal nur passiert bzw. ist es jetzt gerade nur ausgebeultet Zeit, dass ihr euch jetzt ein bisschen auf die Folge vorbereitet, denn ich habe hier ein bisschen Bockmist gebaut und wusste da einiges nicht mit anzufangen, weil ich mich da gerade mal überhaupt nicht mit ausgekannt habe mit der ganzen Materie und ungefähr seit vier Wochen keinen TTS gespielt habe. Dann viel Spaß damit. Okay. Bist dran sehr dringend. Du warst dran mit Fischen und so. Ja, muss ich aber meine Hand nehmen. Äh, nein. Wieso? Okay. Nein. Lange draufbleiben. Ah ja. Ja. Wir hatten doch schon zwei Spiele gemacht, oder? War das der erste. Ja, es waren zwei Spieler. Wir hatten davor gewonnen. Wissen wir, ist mir egal. Ich habe gewonnen, das letzte. Muss ich jetzt? Ja, genau. Ach scheiße, ich bin ja gar nicht da. So. Du hast da mal Philipp. Darfst du nochmal? Ich kann aber nicht. Ich habe nichts. Ja, deswegen kannst du nochmal ziehen. Cedric, du darfst. Ziehen. Cedric? Das ist connected from your channel. So, jetzt bin ich wieder da. Ich wusste gerade was Privates klären. Nein, das kann gar nicht sein. Äh, so. Wärst dran? Ich? Ja. Hoppala. Bist du mir noch dran? Du weißt. Ja, ich weißt. Ja, ich weißt. Ich habe gezogen. Ja, ich habe gelegt. Ich auch. In zwei. Nö. Felix. 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 Oh. Hm, habe ich auch. Ich auch. Hm. Hm, hm, hm. Ich glaube, ich gewinne diese Runde. Wird sein. Aber erst mal eine ziehen. Jetzt noch eine ziehen. Nö, du. Uno. Philipp, falsche Zahl. Hört den. Was soll ich denn kriegen? Er hat gewonnen. Der ist ein mieses Schwein. Ja, ich habe doch nicht gewonnen. Du bist dran. Wieso? Stimmt ja, ja. Nee. Doch. Ist du nur noch so rum? Ja. Echt? Kann ich ja nicht. Das gefällt mir. Wenn ich das jetzt mache, hier, ne? Kann ich das eigentlich noch machen? Ja. Ich wünsche mir blau. Ach, der Philipp. Warte, ich drehe sie dir mal um. Uno. Philipp, das ist mal eine knappe Geschichte. Du kannst so ankommen. Uno, Uno. Ich wusste es. Und damit kriegt das in der Triolo einen Strich. Aber wer hat das jetzt jetzt? Nee, kann ja gar nicht sein. Da kann ich auch keinen Strich bekommen. Ich habe ja gewonnen. Hier, macht doch mal wieder zusammen hier euer Rekorden. So, nee. Ich meine, es sind irgendwie alle gedreht. Nee, nee, das ist eine 6. Ja, Stapel. Also, schauen wir gerade. Bis zum nächsten Mal.